Die Fragen sind wohl ein bisschen zu einfach für dich. Wie viel ist 1 plus 1? Das sollten 2 sein. Da kannst du uns sicher noch etwas mehr zu erzählen. Ja, was soll man dazu noch erzählen? Und da war noch so ein Typ, der hat sich einen Döner nur mit Fleisch gekauft. Ich hatte auch gestern noch eine Aufgabe gesehen. Das wusste ich nicht, da hatte ich das Thema auch nicht verstanden. Aber das ist für die Prüfung ja auch nicht relevant. Ist so schnell, wir gehen noch mal ein bisschen auf dieses Thema ein, was du nicht verstanden hast. Und welche Note gibt das? Warten Sie, es gibt ja noch ganz viele andere Themen, über die wir reden könnten. Das gibt eine 6 noch. Und wir langsam zum Ende der Prüfung. Und das gibt dann insgesamt für die Prüfung eine 1. Nur gehabt, Sascha. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Mors.